Zeig, wie fuck's mich auch ab, dass David Nurensohn ist bei Yu-Gi-Oh! jetzt? Meinst du, ich spiel trotzdem jetzt kein bisschen mehr mit ihm? Ja, du bist ein Pisser! Wenn's dich nervt, dann sagst du, dass ich mein Deck ändern soll! Ganz einfach! Will ich aber nicht! Warum willst du's nicht? Weil's dein Deck ist! Mein Deck ist die Seele eines Duellantens. Deine Seele ist verkorkst!